Weiß ich nicht. Ist mir egal. Egal. Wahrscheinlich kriegen wir sogar jetzt einen Gamer Strike dafür. Weil wir ist mir egal gesagt haben. Ach Quatsch. So wunderbar. Sehr ist ein Enderman. Wir wollten Leben. Holen. Und hier ist es zum Kreven. Wir haben einen schreienden Emmes. Richtig. Ist doch alles fertig. So das war dann für heute. Wir haben eine Schwimmstunde. Ja das war es für mein Let's Play Minecraft. Wir haben alles erreicht was wir wollten. Leben und einen schreienden Emmes. Und einen Enderman. I will. Kick him. Danke. Uiuiui. Das ist ein ganz schöner Weg außenrum. Oh ja. Ich bin hier schon mal angeschwommen. In der Testwelt. Okay. Ich bin hier schon mal lang geschwommen. Da habe ich Pferde gesucht. Pferde? Ja. Wollte wissen wo wir uns mal schnell Pferde holen können. Hat er welche gefunden. Bin dann mit dem hier lang geschwommen. Ah ja. Und dabei ist das Pferd ersoffen. Nö. Dann habe ich herausgefunden. Dass ich mit dem Pferd auch fliegen kann. An der Leine. Ah ja. Du hast das Pferd mit der Leine stranguliert und bist dann mit ihm losgeflogen. Das arme Tier. Das hat aber noch gelebt. Ja. Gerade so, aber es lebte noch. Wie ein Zirkuspferd. Hallo Zombie. Komm her du Schnückel. Komm her und klotz nicht den Emmes an. Wenn ich das nicht haben darf, dann darf es keiner. Also Zombie schlagen. Achso. Nicht dich. Das. Ne. Warte. Ne. Oh nein. Wir schwimmen entweder jetzt hier durch die Schlucht. Da kamen wir her. Oder wir laufen wirklich außen rum. Ich laufe außen rum. Ich mag das. Und ich mag den Keks. Aber ich mag doch den Keks. Dieser Keks ist Dreck. Aber ich mag ihn. Du kannst das nicht so gut. Was denn? Ich mag doch den Keks. Welcher Film? Oh nein. Äh. Ab durch die Hecke. Rösschen. Ich hänge fest. Warte ganz kurz. Warte auf mich. Dix Waypoint. Weiß du. In der Nacht. Ich bin runtergefallen. Und man hörte es knallen. Und der Emmes war am Husten. Er sollte Lichter auspusten. Was? Ui. Was bin ich hier? Sand. Okay. Uiuiui. Das Schaparabium. Nicht klein. Was ist denn das hier? Ein döder Baum? Oder was? Guck mal. Hier steht ein Baum ohne Laub. Ein Baum? Nö. Hallo. Komm her. Bin ich für Freizeit. Komm her. Hahaha. Ein Drecksacker. Wo bist du? Aua. Willst du nicht zu mir kommen? Vielleicht ist das Lava oder sowas? Bestimmt. Weißt du es? Meine Konzentration liegt auf dem Ende. Was? Ja, jetzt auch nicht. Äh. Was? Wo bist du? Nein. Baum. Joa, wenn wir ankommen, ist es wieder hell. Wahrscheinlich. Ich gehe jetzt da vorne zu dem Skelett und schenke den Flügel. Da ist ein Illaman. Ja, nicht angreifen. Du hast ein Schwert mit Verbrennung. Okay. Der haut ab, wenn du den angreifst mit Verbrennung. Okay. Ich schwimme einfach weiter. Ich sehe die 700. Au. 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 Ich komme nicht an den Zorn. Auf die Beine. Auf die Beine. Auf die Beine. Wuhu. Wo ist es hin? Jetzt ist es weg. Wuhu. Da ist ein Teil der 700. Nein, ich sehe die ganze 700. In meinem Fall ist jetzt sehe ich die ganze 700. And there, ladies and gentlemen. Let me proudly present the Enderman. Auf die Beine. Auf die Beine. Auf die Beine. Praxi. Ja, Alter. Lauf doch mal ins Wasser, Arschloch. Was? Das sagt man nicht. Also. Alter. Hör doch auf, blöde Scheißding. Ja, man darf auch nicht, äh, was darf man denn noch nicht sagen? Scheiße darf man auch nicht sagen. Echt nicht? Ja, das ist ein viel zu hartes Wort für so eine weiche Masse. Da geht die ganze Bildung in den Arsch. Wo ist denn jetzt das Skelett? Das war doch ein Skelett. Es ist död. Da ist kein Skelett mehr. In deiner Nähe. Das siehst du doch auf deiner Map. Hui. Wenn es dich ganz so lieb hat, hängt es an dir dran. So, es ist mittlerweile früh am Morgen. Im Frötau, die Hühner. Wir müssen damit aufhören. Oder ich muss damit aufhören. Mit was? Mit dem Geschick. Im Frötau, die Hühner. Ah. Okay. So. My friend. My friend. Das kann weg. Das kann weg. Das kann ich weg machen. Alter. Was denn? Guck mich mal gerade an. Komm mal ein bisschen näher hier. Komm mal her. Ja, genau. Danke. Warum? Mach dein Inventar auf und guck mal rein an. Bei dir. Oh, Pfeile. Richtig. Hey, du hast da einen Pfeil im Schritt. Was denn weg? 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 Guck mal, Kohle. Was denn weg? Und sechs Enderperlen. Das ist natürlich super. Wo habe ich das gebratene Hühnchen her? Durch dein Schwert mit Verbrennung. Ah, okay. Cool. Gleich gebratenes Essen. Toll. Haben wir schon einen? Nein, haben wir wahrscheinlich nicht. Wir haben gar nichts. Verstehst du? Ich habe... Guck mal jetzt. Richtig. Wie? Ich brauche jetzt erstmal eine ordentlich gute Schaufel. Verdammt. Und zwar eine mit... Äh, Dingens. Na, wie heißt es? Ja? Wie heißt es? Na? Wie heißt es doch gleich? Ja? Ja, klar. Kreiz, grut, sie fix nur eins. Wie heißt es denn? Keine Ahnung. Sag ich. Äh, Encanting. Hast du schon eine Schaufel gemacht? Ja. Eine habe ich gemacht. Eine habe ich gemacht, ja. Gut, dann tue ich meine Leblöcke mal schon mal aufstellen. Genau, stell die mal auf. Because I have... I have a... äh, äh, äh... grandios kranke Idee. Okay. Okay. Was? Hier geht's gut? Ach, klar. Gippie. Was? Ja? Ich hab hier Nightbeat-Musik und so. Ach so. Sag das doch. Ich sagte es. Gup, schnit, schnit. Gup, gu, 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 gu. Wupp, 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 wupp. Mäh. Mäh. Huch. Wo kommst du denn her? Na, von da. Okay. Was ist denn mit dir? Er lacht sich geschlafen. Was? Er hat auf dem Plaunzeft geschlafen. Ach so. Okay, das ist natürlich eine Erklärung. Oh lai. Ding. Noch ein Stack. Ha, 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 ha. So, ja, den Leben doch mal ein bisschen vermehren. Ja, kannst du schon mal anfangen abzubauen, oder wie viel hast du noch? Ja, ordentlich. Ja, gib doch mir, ich baue auf, du baust ab. Ja, gib doch mir, Alter. Los, mach doch. Das machen wir auch noch. Was? Ein Aslakus-Special. Oder so. Kannst dir mal in die Comments hauen, wenn du mir da hier noch oder irgendwie dem MS zuschaust. Soll das, soll das gemacht werden? Sollen wir mal ein Aslakus-Special machen? Komm, bleib mal hier stehen da. Was machst du denn da? Nimm dir doch mal... Tümpchen. ...folgendes Werkzeug. Das da. Danke. Oh lai. Hey, Tunnelbohre laufen lassen. Nix? Nee. Das ist 3x3, weißt du? So. Okay. Ich glaube, du kannst gar nicht so schnell anbauen, ne? Nee. Wie ich hier gerade zerstöre. In meinem Wahn. Zerstören. Ah, kaputt machen. So ein Enchanting auf dem Werkzeug ist echt eine feine Sache. Hey, du bist ja voll am Cheaten. Alter. Ja, bitte. Mach mal. Halb lang und so, ne? Was denn? Ich mach doch überhaupt nichts. Ich bin doch... Alter, ich bin hier die coolen ist eine Person, weißt du? Manchmal hab ich sogar Angst vor mir selber. Wegen meiner unglaublichen Coolness, weißt du? Da hau ich sogar ein Löcher in die Erde und so. Nein. Doch. Oh. Hier ist noch einer. Den hast du übersehen. Nee, den hast du gerade da hingepflanzt. Aber bei mir ist Inventar voll. Danke. So. Erst einmal da reingeschmissen. Ein bisschen was haben wir noch. Fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich hab aber auch noch viel Platz im Invent. Da, also. Nicht so schlimm. Kannst du da mal ein Stück Erde reinpflanzen? Könnte ich tun. Falls du das gerade dabei hast. Jo. Dankeschön. So. Dann wollen wir das Ding noch mal mit Leben bestücken. Das war's. Ähm. Noch nicht. Alles klar? Geil. Gut. Ähm. Ähm. Hier läuft nur ein Motor. Ja. In der Sortieranlage. Ja. Project Red. Stimmt. Was? Okay. Okay. Ähm. Ja. Red. Red Alloy Wire. Was brauchst du denn dafür? Eisen. Und Redstone. Baust du das gerade? Äh. Gleich. Kommt mir was entgegen? Oder? Nee, nee. Das war ich. Täuschung. Okay. Ich baue mal eben ein Kabel. Wir brauchen das ja. Aber wir brauchen das doch so sehr. Ach. Ja, genau. Ja, Redstone haben wir im Übrigen so gut wie gar nicht, ne? Äh. Scheiße. Sollen wir mal Redstone-Farm gehen? Das ist vielleicht ratsam. Okay. Okay. Wir bräuchten noch ne Kiste, wo der Redstone-Open sich automatisch dann zum Beispiel jetzt hier in dem Fall das Leben rauszieht. Wo er sich das Leben rauszieht? Nicht das Leben. Ey, sieht das witzig aus hier unten. Alles voller Lehmbrückchen. Echt? Ja. Ja, das läuft da unten außen. Ja. Äh. Was soll? Nee, hast du. Du hast noch nicht gemacht, ja? Oh, hier ist auch noch Leben. Fertig. Die Motoren sind wieder am Dissel. Schisseln bei Dissel? Ja. Schisseln bei Dissel. Dissel? Cut Dissel. Wie sieht denn das aus hier?